Yeah, die Redneck Boys! Wir haben hier alles! Fächern! Hebeln! Eisenwiederholung! Oh yeah! Alter, tease mich nicht so mit diesen harten Nippeln! Du bist doch ein ganz schön haariger Bursche auch! Oh god, das Gewehr klippt in deinen Speckbauch! Gassel, wir füllen! Gassel! Nope! Das ist doch ein ganzes Schaaf! Das ist doch ein ganzes Schaaf! Die Animationen sind noch nicht so smooth. Der Typ ist auch arg fit. Wow, 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 dude. Schmeißt jemand Fake Dynamit? Das war kein Fake Dynamit. Die sind im Hof, die anderen. Aber kein Fanning. Da guck ich doch mal mit meiner Silencer rein. Das war ne Vorsinn. Hä, von wo schießt der? Wat? Die sind da bei dir, oder nicht? Nee. Sicher nicht, klingt aber so. Ich seh niemanden. Oh, hinter mir. Nee, ach, das war... Ah, Idiot. Puh. Stress. Hier lädt, glaube ich, gerade wer nach. Ich hab hier unten wen angeschossen. Ich bin oben drin, hier ist niemand. Unter dir, unter dir sind Leute. Habe ich gerade ein Extraction-Alarm gehört. Fuck. Die kommen gleich zu dir, Olli. Drei Stück. Wo? Mit der Verlängerung von mir. Kann sein, dass die mittlerweile außenrum kommen oder sowas dämliches. Kann ich da rein bei dir? Ja, ja. Sag's dir jetzt so. Ja, ich geh da die ganze Zeit raus. Das passiert nichts. Dude liegt immer noch. Zwei Leute. Einer unten, ganz unten. Und einer rechts, so in der Hälfte etwa. Jetzt sind sie wieder zu dritt. Echt? Ja, der Dude lebt wieder. Ah. Die kommen her, Olli. Die sind hier oben jetzt parallel zu mir. Ist einer unten auch? Habe ich gerade nicht mehr gesehen. Mein Zeug ist weg. Die sind ja hier alle drei neben mir. Im anderen Gebäude, aber. Ja. Die kommen. Ich habe einen. Ich habe einen. Zwei. Zwei. Drei. Ich hasse die Windfield, Mann. Die andere Bahn, die ist vom Server. Das ist die neue Tageszeit. Oh ja. Ich meine ja, die Sonne steht immer noch im Südwesten. Was soll man da machen? Da haben sie sich irgendwie für entschuldigt im Livestream, dass die Beleuchtung für die Gebäude alle aus der Richtung eingestellt ist und dass sie deswegen die Sonne nicht bewegen können, egal was für eine Tageszeit ist. Okay. Naja, hey. Wenn du vorher nicht damit rechnest, würde ich dasselbe machen, was wir hier machen. Das war eine Uppercut. Die kommen von der anderen Seite. Ich gehe mal ein bisschen näher. Hier hat einer diesen Käfig kaputt gemacht. Ich höre hier jemanden vor mir. Da hat doch jemand Musik drin. Ich komme außen um die Straße lang. Die laufen, oder? Ach, die wollen zur Extraction. Die ist auf der anderen Seite, Oli. Da ist doch wer bei dir. Ich habe einen Rednecker schossen. Oli, hast du eine Uppercut? Das ist doch dicht. Nach links. Ich höre es. Gleich sehe ich es wahrscheinlich auch. Ja. Fuck. Der hat mich ein bisschen stramm erwischt, Oli. Da kommt noch wer. Der pusht mich auf. Der Alter, der trifft mich. Hinter dir schon? Ja. Das ist Clint Eastwood. Pass auf, die schießt gut. Da läuft er tatsächlich. Kein Treffer. Ich habe ihn. Das ist Clint Eastwood. Äh, lag die andere Bounty auch? Warte. Meine Zeit ist abgelaufen. Hier ist Clear. Meine Zeit ist abgelaufen. Die Spinne ist noch im Spiel. Da wird er noch geschossen. Also das hier waren mindestens zwei Teams. Hier ist die Bounty. Das ist aber nicht der Redneck, den ich geknipst habe, oder? Nee. Clear. Ah, die Schüsse, die ich gehört habe, kamen nicht von Blanchett. Die haben übrigens auch die Chaosbomb verändert, dass du jetzt teilweise auch einen weniger aggressiven Shootout mit Automats und Dolches hast, damit die Leute das auch hin und wieder mal glauben, dass das keine Chaosbomb ist. Dann schreibt einer, dann bezahle ich für eine volle Chaosbomb und kriegt nur so fünf oder sechs Schüsse. Was soll das? Ja, ich habe, ich war mir nicht sicher, ob das ein Zombie ist. Ich habe den Typ angeschlossen. Äh, zwei, zwei Dudes. Einer rechts, einer ein Stück weiter links. Meine Zeit ist um. Was ist denn das? An dem Baum. Was schießt denn da auf dich? Ich kann das nicht zuordnen. Aua. Das ist so eine... An dem Baum. Ja, da, wo ich gepinkt habe. Ich muss gerade hier erstmal schauen, dass wir nicht umlaufen werden. Hier ist jemand an der Mauer bei mir. Die sind hier gerade über den Zaun gekommen, Olli. Meine Seite. Einen habe ich angeschossen, der ist gekreuzt hier bei mir. Olli, der kommt jetzt hier rum bei mir. Der ist drinne. Im Compound. Ich glaube, der ist hier neben mir in dem Gang. Oh ja. Der ist wieder weggelaufen. Andere Tür, der ist auch drin. Habe ich. Einen habe ich. Der andere Pusche. Außerhalb. Angeschossen. Da kam hier vorne um die Ecke und war am Nachladen. Der kam hier nachladend in die Tür gelaufen und hat geguckt, was abgeht. Ich glaube, der Levering ist eine schräge Angelegenheit, aber das komische Dynamit-Tool ist ganz nett und die Sonde sieht auch ganz okay aus, obwohl ich auch nicht ganz weiß, was die neue Tageszeit hier bringen soll. Bist du zufriedener mit dem Silencer-Gewehr? Ja, doch. Hat ganz gut performt. Ja. Da habe ich ihm das Ohr geregelt. Was ist hier, das ist ein Kahl-Demper? Staunt aus. Untertitelung des ZDF, 2020